Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video und heute habe ich wieder ein paar neue FIFA 16 News für euch am Start. Ich war vorhin auf Facebook und habe dann gesehen, die offizielle FIFA Ultimate Team Seite hat gepostet, dass es eben neue Futures gibt. Die habe ich mir gleich mal angesehen. Die meisten davon kannte ich schon, aber ich habe mir einfach gedacht, ich zeige euch die auch mal, damit ihr auch Bescheid wisst. Den Link dazu packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung, dass ihr euch das eben auch ganz genau nochmal ansehen könnt. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein in die erste Erneuerung und das ist natürlich der neue Spielmodus FIFA Ultimate Team Draft oder Draft. Auf jeden Fall finde ich die Idee ganz cool. Da kann man nämlich, wie soll ich sagen, da kann man sich ein Team zusammenbauen und bekommt sogar Spieler, für die man nicht bezahlen muss. Man braucht aber einen, man spielt dann sozusagen so ein Turnier und am Anfang muss man einen kleinen Einsatz sozusagen abgeben an EA. Das sind glaube ich 15.000 Münzen oder 300 FIFA Points, die muss man am Anfang zahlen und dann hat man eben vier Matches, wie man es hier sehen kann. Und wenn man dann eben alle gewinnt, dann kann man einen richtig guten Preis gewinnen und ja, so läuft das eben. Das ist ein neuer Spielmodus, mehr weiß ich dazu auch noch nicht. Hier können wir es sehen, das könnt ihr euch ja mal durchlesen. Drückt einfach auf Stop und lest es euch durch. Und ja, hier schauen wir uns nochmal die Bilder an. Hier können wir ein paar Ratings sehen, die denke ich aber stimmen überhaupt noch nicht. Das macht die EA extra so, damit sie noch nicht die neuen Ratings sozusagen vorhin schon herausbringen. Und dann schauen wir uns das noch an und man kann dann glaube ich auf jeder Position eben fünf Spieler aussuchen, wie man es hier eben sehen kann. Und dann muss man sich sozusagen ein Team zusammenbauen und da kann man eben alles mögliche bekommen. Sogar auf der Xbox auch Legenden, also das finde ich richtig nice. Hier könnt ihr es dann sehen, dann wird das so zusammengerechnet und da bekommt man ein Squad Rating. Deswegen, das ist hier in diesem Fall 160 und das ist eben, ja wie soll ich sagen, das ist einfach ein neuer Spielmodus. Ich bin richtig, richtig gespannt. Dazu wird es auf jeden Fall auch locker eine Serie geben zum Anfang von FIFA 16. Hier können wir es sehen, man kann eben unter fünf verschiedenen Aufstellungen entscheiden und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Denn die Aufstellung muss man im ganzen Turnier beibehalten. Auch sehr wichtig. Auf jeden Fall drückt gerne auf den Link in der Beschreibung. Dort habe ich eben auch nochmal das Ganze hier zusammengefasst für euch. Da kommt eben zur Seite, wo ich hier gerade bin und dann könnt ihr euch das ganz genau durchlesen und dann, wie ich sagen, machen wir weiter. Und hier können wir sehen, das neue Feature sozusagen ist nicht wirklich ein neues Feature, aber es sind einfach neue Legenden auf der Xbox verfügbar. Zum einen haben wir hier Best, Gattuso und Zanetti, die alte Legende aus Argentinien. Richtig gute Legenden, wie zum Beispiel Ronaldo, also der Brasilianer, sind leider noch nicht dazu gekommen. Oder zum Beispiel ein Zidane. Dafür haben wir aber, glaube ich, auch Deko von Barcelona dabei, den Portugiesen. Also das sind schon richtig coole Legenden dabei. Schade, dass ich nicht auf der Xbox spiele. Also da hätte ich mich echt drauf gefreut. Das ist eine gute Nachricht für alle Xbox-Spieler. Dann machen wir weiter. Ich glaube, es sind nur noch zwei oder drei neue Features. Und das ist auf jeden Fall richtig nice. Hier könnt ihr sehen, bei den Auswechslungen, da wird die Karte angezeigt. Und das ist richtig nice, denn wenn der Gegner jetzt einen Ibrahimovic einwechselt, kann man nicht wissen, ist das jetzt sein Informs, ein Man of the Match, vielleicht aber auch ein Team of the Year, Team of the Season. Und da wusste man bisher eben nicht, was für eine Karte er hier aufweist, was für eine Karte er ins Spiel bringt. Jetzt kann man es eben sehen. Hier könnt ihr es eben sehen an diesem Beispiel. Da wird dann eben die Karte sozusagen angezeigt beim Wechsel. Das finde ich auf jeden Fall ein richtig cooles neues Feature. Und das ist auf jeden Fall eine coole Erneuerung. Dann kommen wir noch zum letzten, glaube ich. Ja, das ist schon das letzte. Auf jeden Fall neue Benutzeroberfläche. Ja, das ist eh jedes Jahr dasselbe. Das Design wurde ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde oder schlechter. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare. Jeder muss sich da seine Meinung bilden. Ich denke, da hat sich nicht so viel getan. Und dann war es das auch schon wieder mit diesem FIFA 16 News Video. Falls ihr mehr FIFA 16 News sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann schreibt mir in die Kommentare, ob euch die neuen Futures gefällt. Gefällt, ja, gefallen. Ich finde den neuen Spielmodus in FIFA Ultimate Team richtig cool. Dieses Foot Draft, das gefällt mir richtig gut. Das ist endlich mal eine Abwechslung in Ultimate Team. Und das könnte auf jeden Fall richtig cool werden. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Und ich verabschiede mich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und sage auch schon wie immer, ciao Leute. FIFA All-Stars. Premier League Saison. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Trikot. Da haben wir dann das Trikot vom Startrivalen Manchester United. Und ich finde, es sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Chef Rolais als Sponsor. Ich denke auch, es ist ein bisschen dünkler geworden als das vom letzten Jahr. Ich finde, es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das Auswahlstrikot habe ich jetzt leider nicht am Start. Und dann sehen wir uns beim nächsten Trikot. Das Trikot von...